Das Muster 12 heißt 6 U's, man kann hierin jeweils ein U erkennen, ein großes U, aber ich sehe eigentlich in dem Muster eher so drei falsch einsortierte Kisten. Nennt es wie ihr wollt, ich zeige einfach mal wie es gemacht wird. Wir halten den Würfel in Grundstellung, machen M, D'R, S, R'D, L, E'R'. Und damit haben wir das Muster hergestellt und anstatt jetzt komplizierte Überlegungen anzustellen, wie man den Würfel halten muss, um es dann vielleicht mit dem Zug wieder auch zu entfernen, machen wir es lieber so, dass wir es einfach in dieser Lage, wie wir angekommen sind, halten und dann den gleichen Zug rückwärts laufen lassen. Das wäre also dann R, E, L', D', R, S', R', D und M'. Und damit ist der Zug wieder zurückgenommen. Das war Muster 12, 6 mal U.